Hey Jungs Keine Gefangenen Ich hab mal deinen Heavy Arsch soll ich nehmen Mit meinem Noob Geht's mir weg, Alter Guck mal, ihr habt doch schon 10 Ja, super Bringts voll Wer ist da noch? Rich ist da noch, oder? Richie, wo bist du denn? Am Bodensport Hehehe Alter, das wird jetzt was Ich bin bei C Ich will mal Anwalt sprechen Ja, ich bin dabei Das war nur so eine offene Karte Ach, das ist die schon wieder Ja, Leute, wo seid ihr denn alle? Unterwegs im Doppel Irgendwo Wo ihr nicht seid Wir kommen gerade von Tets wahr Ich bin der Spion Ich bin der Spion Ich gehe aus dem E Mit dem Gang Die sind jetzt im Eingungsfall Ach, scheiße, doch Missionsziel A Virus Upload Abgeschlossen Ich bin da oben gelandet. Ja, ich auch. Ich bin von hier wieder runter. Boah, ihr Dreckscamper, Alter. Mit dem Dropschiff schon wieder unterwegs. Boah, Alter, was? Wo? Alter, scheiß Gammler, komm da runter, ich klatsch dich weg, ey. Ihr könnt mich mal. Ich steb doch. Ist einer freut, der dödelt bei D? Ich hab B gehackt. D? Boah, ich kann gar nicht, ey. Oh, 0-0-0, genau. Ja, super. Hier unten bin ich schon fast. Ich weine. Boah, ich kann mir den Scamper gar nicht spielen. Hat jemand Rap? Ja, ich hab das von mir. Ja, das geht doch. Ja, das geht doch. Ja, das geht doch. Ja, das geht doch. Achtung, Truppführer unterwegs. Truppführer unterwegs. Ja, das geht doch. Ja, das geht doch. Boah, Alter, was für ein Lag, Alter. Hör doch auf mit dem Lag. Das ist unfassbar. Geschweinerei. Boah. Ja, Goli. Einfach so umgeflogen, hä? Ja. Oh, ich muss ja nachladen. Ich muss nachladen. Warte kurz ab. Oh Mann, fast hatte ich dich dauernd, du blöde Dreck. Oh. Hallo, ey. Pass das gleich nicht ab. Oh, oh. Okay, es ist so um. Wir schauen jetzt. Ich bin immer dabei, Fais. Rinde mal, ihr Leben. Au, Heavy. Boah, der Heavy. Der leckt voll rum, ey. Pass auf. Ja, was ist denn da? Das ist doch unfair. Mein Ding überhitzt sofort, ey. Schweinerei, das überhitzt immer. Warte, Choppe, warten, Choppe, Choppe. Das wissen wir. Das war ein Headshot. Das ist doch okay. Was soll ich da machen? Ja, ist doch klar. Das ist echt ein Witz. Was ist denn ohne das Zeug? Boah, Alter. Halt auf mit dem Scheiß. Du musst noch was Geld. Alter. Ihr sterbt einfach nicht, Mann. Ihr Gammler. Ihr Schieter, ihr. Das melde ich. Boah, ich hab echt... Heavy. Oh, Leute. Was ist jetzt bei Alpha? Mach mal Gas hier. Nix Gas hier. Zähl mir nix. Oh, Heavy. Nix! Missions Ziel 3. Oh, Richie. What the f***? Was hast du weggemacht? Was hast du weggemacht? Was hast du weggemacht, Richie? Ja, Tietzi, hol dir einen. Ich blick nicht durch. Ich bin weggekommen. Ich bin weggekommen. Ich bin weggekommen. Jetzt wird's hier richtig. Jetzt wird's hier richtig. Der muss keiner halten. Nein! Au! Au! Wollt, solche Katten Hoops, Alter! Wollt, 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 Wollt! Boah, ich muss erstmal meine Rüstung aufstocken. Jetzt kommt's, Alter. Wollt, hey, wie? Ihr bläden Brot aus Dambau. Nicht sagen wir. Seid ihr völge Mania! Jetzt fliegt er mit dem schwarzen Punkt. die schieße auf mich, die schieße auf mich der Weg war ich war eh, ich hatte eh keine Mutti mehr alles gut da das Ding also ich bin gar nicht mehr Scrimler Scheiße über Hitze an so unfair Missionsziel B, Gehackt, Virus Upload, läuft Alter, das gibt's doch nicht ihr Lacker ey das ist mehr auf das ist grad unstehbar bei mir bei mir lags nur oder? ja, gell die Dreiecke beim markieren, das kann ich nicht bedürfen und fehlgeschlagen, null Kanone, immer noch feindlich geht mal aus der Sonne Alter, weg da AP, mach mal Ansage ne, mach lieber nicht warte, Gegner ne, halt den AP ab, dann kann er keine Ansage machen bravo, bravo nix bravo, bravo ist nicht gut halt auf mit dem Scheiß ach, wir spammt schon wieder ey, das ist so arnsinnig oh, wie schlug der wie einfach ach komm Titan, Alter, du bist so lachig boah, nein hehehe es ist immer ein zweiter Tag, es ist blöd ab, ich bin AP, ich hab deine Position am Kloneeinigung ja ich wusste erst mal Alpha Story voll wir haben da einen Ablenkplatz ah, Rissi ja, wir müssen nicht gleich boah, ihr geht nicht dauer wir schießen jetzt von hinten auf mich das gibt es nicht ah, als könnten wir ja den Klone an die nutzen ah, du Drucker komm komm oh der Eli schon wieder ja das zweite Mal, was hat der Scheiß ja, du läufst mir auch jedes Mal in den Weg, was soll ich machen ich möchte nicht umschiessen ich bin nicht mal gesponsert und werde schon weggeschossen, warte ja, was ist das? ja, was ist das? ja, sicherlich, Alter nein das ist traurig jetzt tut mich, ey, mach mal, Alter ich hole nicht mehr ich muss meinen Standpunkt zeigen ich hole nicht mehr der Standpunkt oh, Stoppa lass mich in Ruhe, kommt von beiden Seiten schon wieder, Alter ihr Kack-Nubs, Alter das gibt es nicht, alle schießen es auf mich hier oh Ich geh jetzt zu den Blackguards Typen, Alter, jetzt habt ihr es geschafft. Boah, zu dritt steh ich hier rum. Alter, was gibt's doch? Das ist ein Rapper auf mich grad drüber. Sonst hätte mich die Kanade mal erwischt. Zweron, hast du tot gespielt? Ich treff nicht, ich treff nicht, ich treff nicht! Wieso, wir sind sauch! Achtung, Missionsziel A. Aber gut, dass da ein Rapper auf mich drauf ist. Alter, haben sie mich. Der ist, der war jetzt kurz weg, der Rapper. Ich hab nur einen Rapper. Achso. Ja, aber längst sind wir zu weit weg vom Polizirkel. Ich brauch nämlich Selbstmord. Nix einnehmen, Alter. Bleibt mal da, wo ihr seid. Für uns läuft's grad gut. Was soll denn der Scheiß schon wieder Slippi? Awww. Geh doch. Boah, ich komm hier nicht hoch, Alter, was ist das denn? Awww. Awww. Verdammte Muschi, Junge. Awww. 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 Als er dachte, geh doch, was soll denn der Scheiß schon wieder. Hab ich das eigentlich schon in der Tasche gehabt, ja. Ne, krieg ich mich trotzdem noch. Awww. Wie letztens, oder was? Awww. 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 Unfassbar, Alter. Awww. 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 Missionsziel. Ach, gehackt. Awww. 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 Für was sagen wir dann? Irgendwie machen wir das so und so, wenn dann eh jeder zum Tür will. Alter, irgendwie. Meinst du das? Ich hab keine SP für die Kacke hier, ja. Ah ja, stimmt, Jodor. Ich kann da umlocken, dann komm ich für den Brotor Imperial. Brotor nach A. 3 Damage-Shots. Zappeln jetzt so rum, Alter. Uuuuh, super, das ist geil. Boah, Alter, hört auf mit dem Sch... Alter, leck das rum. Oh, das war der Orbi, der so leckt. Oh, der Kabel ist natürlich gut. Oh, hier sind Gegner, hier sind Gegner. Oh, Puzzle. Das ist nicht euer Ernst, Leute, Alter. Ey, die ist von Wiedem. Ey, komm. So ein Witz. So, spät mal Nails, du Pussy. Ja, lecker Bittisches, Alter. Ey, G-Racer, hau mal deinen Orbi raus. Der ist schon draus, glaube ich, der hat nichts kostet. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Orbi. Ja, wohin? Nee, nicht du. Oh, du hast auch einen Schuss, Alter. Nein. Oh, von hinten, Alter. Du Sack, Alter. Oh, Scheiße. So, wer mit dem Orbi? Ach, die Klo war aus, Leute. Eins gegen eins, komm. Jungs, die Klo war aus. Jungs, die Klo war aus. Wir sind schon mit dem NoobTube unterwegs hinter mir. Ach, ja, dann kommen die Klo die aus, Alter. Scheiße drauf, komm. Wir klonen die aus. Nix mehr hacken, nix mehr hacken, Leute. Nix mehr hacken. Fünf, vier, sechs Klone, komm. Ach, du schon wieder. Schau mal rein. Ja, wir hätten auch gut da raus. Alter, die kommen bei Alphides. Guck mal hier, Nuked-Spiel. Ja, warte, ich hab den Orbi da. Lass die reinkommen. Lass die reinkommen. Lass die reinkommen. Ja, komm, ich Idiot. Ja, ich hab sie schon alle weggemacht, da. Ja. Alter. Dein Tank. Dein Tank. Dein Tank. Was ist das denn für ein Schaden, ey? Ach, komm, ich blö... Weg, geh du einfach. Komm, hier. Spack dir schon mit... Nein. Lass mich raus. Alter, willst du mich verarschen? Boah, wer war denn für eine Kanade? Alter, ich hätt dich eh abgezockt. Das ist nicht einfach, wie geht das. Ja, das ist halt mal. Ich geh dich gar nicht mehr an. Wuh, beinahe. Nein, das ist dir ausgucken, Mann. Wir müssen was hacken, Mann. Wir verlieren. Das kann nicht wahr sein. Boah, ich hänge... Alter, ich hänge... Fest... Ey, so ein Dreck. Robi. Robi. Ja, dann weiß ich, wo du bist, wenn du festhängst. Ich kenn die Stelle auch. So, äh... Theo? Ja, komm zur C. Mach den Orbi zwischen C und A. Da sind wir alle. Auf der Straße. Erzählt es doch nicht, Mann. Ich glaub, es hackt dir ein Z. Warum nicht? Nein! Nein! Sauno! Ja, gek linken grandmother. Dad, denn die Alter, sensstrong! Nein, das hätte Sauno geblickt. Ich habfgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgehgeh geh säga. Genauophone beut Sorry, mom. Alle hinter dem LKW gespawnt und er zieht gerade ein roten, rein rotes Drillen und zwar ein Leser. Alter, der Illy hat einen Leser. Ja, Illy ist ein Heavy mit seinem Scram-Flammer. Ja, ja. Was soll... Ritchi, nicht runtergehen! Halt die Klappe und schlecht, die war anders hin. Wo bist du denn? Ach, scheiße, eigentlich. Das wird dimensional. Geht doch. Ach, kommt da mit dem... Ach, kommt da mit dem Leser, Alter, ey. Ach, Mann. Ja, ich komm mit dem Leser. Ja, jetzt ist zu spät. Ich zähl mir nix. Ja, das ist immer das. Ihr lecker Bitches. Noch 18 Kronen, die klonen wir aus. Boah, jetzt schau's euch an. Sorry, Bitch. Ja, ist es schön, dass ihr Freude habt an dem Spiel. Ich hab kein Problem damit, dass ihr Freude habt an dem Spiel. Nein. Ich bin schon wieder. Der Dicke. Der Dicke. Ey, wieso bist du mit dem Sturmgewehr unterwegs? Was soll das? Ja, weil ich keine Scale-Points hab, Mann. Oh, nein, nein, nein. Oh, der Tuschel. Ich hab 0-0. Ey, der Heavy ist ja voll für'n Arsch. Echt? Oh, jetzt geh. Ich hab hier nen Noob-Account. Was soll ich nehmen, bitte? Ach so. Ja, was geht, hab ich doch auch. Also, jetzt kurz nicht so rum. Ja, aber, ja, ist sie. Ja. Cool, Ritty, mag doch Spaß. Scheiße, Alter, das ist doch den Arsch. Mein Headset ist vielleicht gerne, super. Jetzt könnte ich mich nicht mehr austreten. Bitch, du musst die anderen anspringen, die Be-laut-Stumper hier. Weißt du was ich meine? Er ist so. Dig, du wärst die Kack-Knoops? Er spielt eine Runde, weißt du, mit BQ-Aim-Bot und haut so einen Spruch aus. Sonst fliegt nur Korkgranaten, weißt du. Hey, er ist seit gestern, weil er gehts bei dir. Ach, das ist so schwachsinn. Oh, hab ich selbst gehört, diese... Kotzt das, Mann. Ich glaub, drei oder viermal gekriegt haben. Zweimal. Hey, Jungs, zwei Klone noch. Ah, Laser. Ich hau ab, Junge. Aua. Aber wir sind trotzdem besser als die anderen Kack-Knoops. Engelbeer, warum Laser? Was für ne Muschi, Junge. Noch? Find ich gut. Ey, Engelbeer, Alter. Jetzt haut er ab, wenn ich hier oben komm. Machen wir das eins gegen eins. Danke. Au. Hier kommt noch einer. Hier fallen die MCC an. Acht. Nein! Scheiße, Alter. Das gibt's doch nicht. Verdammt, ich hätte ich noch was gekriegt. Boah, das ist aber so ein Glück, ey. So, da bin ich wieder. Boah, noch nicht mal 100.000. Guck mal im Allianz. Bbchen. Boah, Alter, ihr wollt mich verarschen, Alter. 0,21, ey, das ist nicht euer Ernst. 3 zu 14. Verarschen mich doch alle. Ich bin nie wieder gegen euch. Immer Rage gritten dann. Dieses kollektive Hamik-Runzen im Jet. Fantastisch. Ihr Schweine. Habt mir schon mal Geld gebracht. Ja, wisst ihr, nächste Runde ist halt ein anderes Squad. Die gebummisten, ja. Ach, das meint ihr.